Magie gibt es wirklich. Liefern Sie uns echte Zauberei! Sie sollen aufhören! Damit sind Sie sicher, der Hit auf Partys. Willkommen in der fantastischen Welt der Zauberei. Ungefährliche Magie gibt es nicht, das solltest du wissen. Mit all ihren Gefahren... Die Bestie will uns beide umbringen. Ich hab keine Angst. ...neuen Freundschaften... Wir sind Magier. ...und Abenteuern. Wir haben keine Ahnung, was als nächstes geschieht. The Magicians. 2. April, ab 20.15 Uhr auf Universal TV.